Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. In Italien, Aziz Ansari hat seine Freundin Serena geheiratet. Aziz Ansari, 39, und seine Liebste haben den Schritt gewagt. Der Comedian hatte Anfang Dezember für süße Schlagzeilen gesorgt, denn ganz heimlich hatte er sich mit seiner Partnerin Serena Campbell verlobt. Bereits seit vier Jahren sollen die zwei gemeinsam durchs Leben gehen und das jetzt sogar als Mann und Frau, Aziz und Serena haben nun nämlich offenbar in Italien geheiratet. Das berichtet das Newsportal Page Six jetzt unter Berufung auf einen Insider. Demnach habe die Trauung vor etwa 120 Gästen vor einer traumhaften Kulisse in der Toskana stattgefunden. Die Hochzeit des Parks and Recreation Stars und der Schweden sei dabei kein Starauflauf gewesen. Unter den Gästen habe sich aber etwa Sound of Metal-Darsteller Ritz Ahmed befunden. Zwischen 2014 und 2016 war Aziz mit der Partisiere Courtney McBroom liiert. Im Interview mit Elle schien er dem Thema Hochzeit damals noch recht kritisch gegenüber zu stehen, ich weiß nicht so recht. Es scheint heutzutage immer mehr Menschen zu geben, die mit der Institution der Ehe nicht so viel anfangen können. Das scheint sich inzwischen geändert zu haben. Hey guys, this is Ganjsham. Subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.